Hans-Nürnberg würde es professionell einordnen. Ja, ich verlaube mir jetzt eine kleine Spitze, aber eine Spitze zugunsten dieser Formation. Es ist schön, wenn man in so einem Programm auch mal gut gespielte Instrumente hört. Ich fand das ganz hervorragend, ich fand das locker. Das ist eine Band, die offenbar schon Erfahrung hat, die sehr eng zusammenspielt. Die Instrumente stimmen, die Gitarren stimmen, der Gesangstimme, das Zusammenhangs stimmen, das Stimmen, das Stimmen ist locker. Der Herr Kunze fand das großartig! Ich konnte das vergessen!